Seid einfach ihr selbst. Sei wie du bist. Sei einfach so wie du bist. Sei einfach du selbst. Sei einfach immer du selbst. Sei wie du bist. Seid einfach euch ihr selbst. Seid ihr selbst. Dass du einfach du selbst bist. Sei du selbst. Sei du selbst. Sei du selbst. Einfach so sein sollt wie ihr seid. Probiert neue Sachen aus und bleibt nicht in euren Komfortzonen. Seid offen und aufgeschlossen, traut euch was und ja, bereitet euch auch ein großes Abenteuer vor, dass ihr auf jeden Fall lange mitnehmen werdet und macht alles, was ihr könnt, da es euch vielleicht nur einmal so geboten wird. Sei neugierig, bleib neugierig und freu dich auf die Dinge, die dich irgendwann aus der Bahn werfen werden und von deinem Plan abbringen werden, denn das sind die besten Dinge, dann wird es richtig gut. Seid einfach offen, habt Lust auf was Neues, habt Bock auf Abenteuer, auch wenn ihr müde seid oder kaputt seid, geht raus, trefft euch mit den Menschen in Amerika, zeigt, dass ihr Interesse habt, dass ihr was erleben wollt und dann habt ihr mit Sicherheit das Geilts hier auch aus Lebens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.